Hallo Leute, was geht? Herzlich willkommen zu dieser wunderschönen Runde von Revi Sagt. Heute mit 30 Leuten am Start. Diesmal allerdings, meine Freunde, würde ich sagen, spielen wir eine kleine Halloween-Variante, denn ich hab einfach Bock, ein bisschen Halloween mit euch zu spielen. Ich wollte sagen, meine Freunde, wir beginnen mit dieser Wunder, 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 Wunderschön Runde von Revi Sagt. Wir landen gemeinsam ins Heute Springs. Revi Sagt in der Halloween-Edition. Auf geht's, meine Freunde. Also, meine Freunde, heute ist wieder lieber Espelchen mit am Start, wie ihr vielleicht gehört habt. Und Tobi wird heute ebenso mitspielen scheinbar. Und ich bin mal gespannt, ob Tobi sich heute ein bisschen besser schlägt. Ich war gut letztens. Tobi, also... Ich war letztens 10. Tobi, ich mach dich. 10.2. Revi Sagt, alle Skins bitte hier vorne hinknien. Ja, ihr könnt schon kommen, ihr könnt schon kommen. Revi Sagt, alle Skins umdrehen und in die entgegengesetzte Richtung schauen. So, beginnen wir doch mal unser kleines Halloween-Spiel. Und zwar, meine Freunde, Revi Sagt, alle weiblichen Skins bitte einmal vortreten. Revi Sagt, alle weiblichen Skins, die nicht ausschließlich schwarz tragen, bitte zurück in die Reihe. Damit kann ich laben, damit kann ich laben, damit kann ich laben. Revi Sagt, alle weiblichen Skins, die keine Kopfbedeckung tragen, bleiben stehen. Der Rest zurück in die Reihe. Also, du trägst eine Kopfbedeckung, deshalb bist du schon raus und du darfst hier stehen bleiben und kommst mit mir. Ja, du bist einfach mit mir gekommen, obwohl ich nicht gesagt habe, wie gesagt. Danke dafür, Mrs. Mini. Okay, Revi Sagt, Galaxy Skin und Pumpkin Mann vortreten. Pumpkin Mann, du bist Pumpkin Frau. Es tut mir leid. Brauchst du doch gar nicht weglaufen. Ich sagte, du brauchst gar nicht... Hat er sich disconnected? Nein. Revi Sagt, ihr beide, die vorgetreten sind, bitte vor die Haustür stellen. Gut, ich weiß nicht, warum Galaxy Skin nicht mitkommt. Revi Sagt, Pumpkin Mann, bleibt bitte hier stehen. Es ist heute echt einfach. Revi Sagt, Clown Skin bitte neben den Pumpkin Mann stellen. So, da ist ja heute Halloween ist, meine Freunde. Habe ich mir gedacht, habe ich ein paar Süßigkeiten für euch. Die kriegt ihr aber nur, wenn ihr ein wunder, wunder, wunderschönes Halloween Gedicht aufsagt. Die Person von euch beiden, die das schönste Gedicht hat, darf überleben, die andere stirbt. Revi Sagt, ich bin bereit für den ersten, der nun klingelt. Also, es gibt wirklich eine Klingel und dann müsst ihr euch entmuten. Das ist nicht so schwer. Am Haus ist eine Klingel. Und dann, okay. Revi Sagt, Pumpkin Mann, klingel bitte und danach entmute dich und sag dein Gedicht. Okay, also, hast du ein Gedicht oder nicht? Ja. Okay. Eins und zwei und drei, Geister kommt herbei, vier und fünf und sechs, jetzt rufen wir die Hacks, sieben und acht und neun, süßer Herr und wir gehen. Revi Sagt, Pumpkin Mann, bitte geh hinter die Mülltonne, ohne Wertung. Revi Sagt, Clown Skin, bitte klingeln und sag dein Gedicht auf. User in your channel timed out. Ich warte. Drei, zwei, eins. Mann, wieso rennt ihr denn ständig weg, Alter? Wieso will der nicht sagen? Jawohl, Price, wollte nichts sagen. Mein Mike. Ja, jawohl, Price, das tut mir leid. Revi Sagt, Pumpkin Mann zurück in die Reihe. Wie, ihr seid natürlich am Revenzeit-Discord, dann kommt mal da rein, der Link ist in der Videobeschreibung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Video, lasst einen Daumen nach oben da, euer Promo-Peter. Revi Sagt, Tobi und Zombie Nosekin, bitte vortreten. Oh, nee. Revi Sagt, Zombie Nosekin, du bist der Erste, der klingelt, ich warte auf dein Gedicht. Revi Sagt, dir bleiben noch fünf Sekunden. Fünf, vier, drei, zwei. Halloween ist super toll. Ich weiß nicht, es geht mir in den Kopfschuss. Revi Sagt, geh hinter die Mülltonne. Revi Sagt, Tobi ist dran. Ähm, hallo, süß oder ich bin sauer, das ist mein Gedicht. Wenn du mir in den Kopf schießt, macht's auer. Ja, ich blieb mich um, oder? Oder? Also, Revi Sagt, ich geb euch beiden nochmal eine Schonfrist. Revi Sagt, alle Skins mitkommen. Naja, also ich fand meins irgendwie ein bisschen. Gut, ich weiß nicht, was mit ihm gewesen ist. Er saß einfach noch da. Revi Sagt, alle hier vorne, wo ich stehe, hinstellen. Revi Sagt, linker, weiblicher Skin vortreten. Revi Sagt, mach deine beste Impression dieses Lamas nach, mit einem Fortnite-Dance. Revi Sagt, Fußball-Skin vortreten. Jetzt du. Revi Sagt, Raven-Skin vortreten. Jetzt du. Revi Sagt, Rot-Captain-Skin vortreten. Jetzt du. Revi Sagt, mitkommen. Alle. Gut, ich weiß nicht genau, warum das Rot-Captain an der Stelle nicht getanzt hat. Aber ich denke mal, wir werden es niemals erfahren, weil sie ist nun mal tot. Revi Sagt, an alle Skins, farmt euch bitte ungefähr 200 Holz und baut mit mir diese Hütte hier ab. Jeder soll 200 Holz farm? Ja. Und dann zu mir zurückkehren. Revi Sagt, findet euch, nachdem ihr 200 Holz gefarmt habt, bitte auf diesen Steintreppen hier vorne ein, beziehungsweise auf diesem Steinpodest. Gut, ich bin mal gespannt. Ich denke mal, ihr werdet alle 200 Holz zusammenbekommen haben. Ähm. Hallo? Was? Wieso habt ihr kein Holz? Ich hab 200. Haben die so lange gebraucht, Junge. Revi Sagt, alle Skins hinter diese kleine Mauer. Revi Sagt, alle Skins hinter diese kleine Mauer. Gut. Also, Kürbisskin, ich bring dich gleich wirklich um. Okay, tut mir leid. Du bist die ganze Zeit hin und her gehüpft. Okay. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Okay. Revi Sagt, weiblicher Cowboy-Skin und weiblicher Cowboy-Skin. Tretet bitte beide zu mir nach vorne. Revi zeigt euch jetzt ganz kurz einmal, das, was er von euch gebaut sehen möchte. Der Skin, der dieses Gebäude als erstes genau eins zu eins so errichtet hat, ist der Gewinner. Der Verlierer stirbt. Schaut bitte ganz genau hin. Merkt euch das Gebäude gut. Okay. Revi sagt, auf die Plätze. Fertig und los. Ja, der eine ist fertig. Revi sagt, links war, rechts war schneller, ne Tobi? Ja, ja, der eine hat auf die Teppel falsch rum, guck mal. Oh. Also, der hier, ja genau, links. Der hier. Revi sagt, es tut mir leid, mach's gut. Revi sagt, editier vorne mal bitte ganz kurz was rein. Die Tür. Und da er immer noch Halloween ist, Revi sagt, zurück in die Reihe mit dir. Revi sagt, weiblicher Bundeswehrskin, tritt bitte vor, klopp von der Tür und sag dein schönstes Halloween-Gedicht oder du stirbst. Revi sagt, es geht los. Süßes oder sterben. Revi sagt, anderer weiblicher Skin mit der glänzenden Pickaxe, du trittst ihm hinterher. Das bist du, neben Tobi. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Diese Hex will keine Rüben. Diese Hex will sie nicht sagen. Hätten wir das geklärt, danke dafür. Revi sagt, alle mitkommen. Süße, sonst gibt's sterben, war jetzt nicht so mein Favorite, muss ich an der Stelle mal ganz ehrlich sagen. Revi sagt, wer die Treppe... Oh. War nur ein kleiner Prank. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, wer zuletzt über die Brücke schreitet, ist ein toter Mann. Oh. Okay, es tut mir leid, es tut mir leid, es tut mir leid, du stirbst. Fußball-Skin, du hast extrem unfair gespielt und ich hab dir nicht gesagt, dass du bauen darfst, deshalb stirbst du auch. Bruder, muss los. Absolut unnötig. Revi sagt, baut mal den Müll hier ganz kurz ab. Revi sagt, alle verbleibenden Skins mir folgen. Revi sagt, hinknien. Revi sagt, mitkommen. Bene, das kam wirklich sehr, sehr spät, tatsächlich. Der arme Alter. Revi sagt, alle stehen bleiben. Revi sagt, die beiden Spieler, die zuletzt auf dem Quad hier oben sitzen, sind tot. Okay, warum rennt ihr jedes Mal davon? Was habt ihr davon? Revi sagt, absteigen. Revi sagt, mitkommen. Revi sagt, hinknien. Aufstehen. Hinknien. Wenn ich jetzt aufgestanden wäre. Revi sagt, hinknien. Springen. Hinknien. Revi sagt, aufstehen. Springen. Revi sagt, hinknien. Springen. Revi sagt, hinknien. Aufstehen. Springen. Revi sagt, aufstehen. Revi sagt, dreimal springen. Revi sagt, hinknien. Aufstehen. Revi sagt, hinknien. Aufstehen. Springen. Dreimal drehen. Revi sagt, mitkommen. Okay, 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 okay. Puh. Interessant, interessant, Leute. Interessant. Revi fragt, wie viel Leben habt ihr jeweils? 90. 90. Revi sagt, das klingt sehr gut. Katarchen, ganz ehrlich, seid ihr beiden das schon wieder? Ja, die, wo du vorhin verschont hast, die Idioten. Ach, Mann. Revi sagt, ihr wisst, was jetzt folgt. Revi sagt, herkommen. Revi sagt, geht jeweils in eine Ecke, der Arena. Revi sagt, wer zuletzt steht, hat gewonnen. Und los. Friede. Bada. Revi sagt, lass die Arena stehen. Ja. Tobi, wie viel AP hast du noch? 20. Schade. Revi sagt, GG ist an alle Teilnehmer. Revi fragt sich, warum hat der Tobi verschont? Ich würde sagen, meine Freunde, das war es in der Wunderschöne Runde von Revi sagt. Lass gerne einen Däumchen nach oben da, wenn es gefallen hat. Und ja, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Macht's gut. Tschüss. Wunderschöne Runde �r dich. Musik. 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 Musik.